Es heißt, das Übel im Staate und in der Menschheit wird erst dann enden, wenn die Herrscher oder Herrscherinnen weise werden oder wenn ein weiser Herrscher wird. So lasst uns in den Frieden ziehen. Durch Atmen, durch Beobachten, durch die innere Führung, durch die innere Weisheit. Lass uns zu den Friedvollen in unserer Gesellschaft werden. Und überall dort, wo Menschen in Dein Umfeld kommen, kommen sie unter Deinen friedvollen Einfluss. Und überall dort, wo Menschen in Dein Umfeld kommen, kommen sie unter Dein Umfeld. Und überall dort, wo Menschen in Dein Umfeld kommen. Und einmal dort, wo Menschen in Dein Umfeld kommen. Oder irgendwo dort, wo жизнь in Dein Umfeld kommen. Und überall dort, wo wir sie unter Dein Umfeld kommen. Und überall da, wo wir sie unter Dein Umfeld kommen. Ohne genau. Und überall da, wo composten ihre BÜamaan. Und dann sage ich hierher, wo predators die课 세ции oder prevention story. Und dann kaufe sie mit einem Prozent Muslim targreen, wenn es das небольшige Gehäste Chinese in received. Untertitelung des ZDF, 2020